So vermeiden Sie einen Verkaufseinbruch in der Kategorie verpacktes Eis. Jeden Sommer passiert fast dasselbe. Die erste Hitzewelle kommt und der Eisstock bricht. Dies führt zu Unzufriedenheiten beim Kunden und zu Einnahmeverlusten aus dem Verkauf von Eis und dazugehörigen Produkten wie Getränke oder Snacks. Wenn Ihre Kunden in Ihrem regulären Geschäft kein Eis finden können, dann gehen Sie zu einem konkurrierenden Betrieb. Bei Procubitus Europa wissen wir, wie wir dieses Problem mit Hilfe unseres Sicherheitsplans für die Eisversorgung lösen können. Um einen solchen Plan zu entwickeln, brauchen wir allerdings Ihre Hilfe. Unser Plan umfasst drei Schritte, um den Erfolg der Sommerkampagne sicherzustellen. Nummer 1. Die Planung Nummer 2. Der Sicherheitsbestand Nummer 3. Die Vorfreude Für die Planung haben wir ein Programm entwickelt, mit dem wir den durchschnittlichen Eisbedarf sowie die Wachstumsspitze aufgrund der Temperaturerhöhung berechnen können. Wir verwenden die historischen Daten der Eisverkäufe in einer Reihe von Geschäften, die für den Kunden repräsentativ sind, und kreuzen sie mit den Temperaturen und Wochentagen. Als Ergebnis erhalten wir unseren Temperaturverbrauchs-Index. Procubitus Europa wird eine durchschnittliche Planung pro Woche und Monat für die Sommerkampagne vorschlagen. Bei dem Sicherheitsbestand können wir nachweisen, dass bei einem deutlichen Temperaturenstieg die Nachfrage nach Eis um bis zu 800% steigt. Keine Fabrik kann diese Nachfrage alleine mit ihren täglichen Produktionskapazitäten decken. Wenn Sie sich an unseren Eisversorgungssicherheitsplan halten und bei uns einen Sicherheitsbestand verhandeln, können Sie Einkommens- und Imageverluste sowie die Flucht der Kunden in Richtung ihrer Konkurrenz vermeiden. Dieses Szenario könnte auftreten, wenn Ihr Geschäft kein verpacktes Eis mehr zur Verfügung hat. Zufriedene Kunden sorgen für höhere Einnahmen und ein besseres Image. Dies versichert Ihnen die Procubitus Europa-Garantie. Durch die Antizipation in Zusammenarbeit mit meteorologischen Beratern können wir Hitzewellen bis zu 10 Tagen im Voraus antizipieren. Der Temperaturverbrauchs-Index ermöglicht es uns, den Eisbedarf mit einer Genauigkeit von über 90% zu berechnen. Unser Alert-Service informiert Sie rechtzeitig, um den geplanten Bestand zu verwalten und mit dem Sicherheitsbestand zu kombinieren, damit Ihnen an den kritischen Tagen der Sommerkampagne nicht das Eis ausgeht.